Einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch meine Destiny-Freunde es nicht gerne werden möchten, jetzt wieder euer DJ in Destiny 1, Xur befindet sich unten in der Bar. Wenn ihr gerne tanzen möchtet, könnt ihr auch hier vorne schön Musik anmachen und dann gehen wir mal zum Xur. Er hat die Brust dabei, dann haben wir da das Glashaus für den Titan, kennen wir ja auch alle, dann haben wir noch die versiegelte Amkara-Griffe, dann haben wir noch den Schädel des Amkaras für die Nova-Bombe und zu guter Letzt der rote Tod. Das war's in Destiny 1, ich bedanke mich fürs Zuschauen, euer DJ, bleibt gesund.